Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 28 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 485 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017